Ja, pfff, weiß ich nicht, also. Aber Honigmelone ist viel schmackhafter als Wassermelone. Ja, das stimmt. Honigmelonen mag ich auch lieber als Wassermelonen. Na? Wieso reden wir jetzt eigentlich darüber? Oh Mann! Ja, Weising, wenn du das unbedingt machen möchtest, deine Frau mit Honig bekleckern, dann kannst du das ja, ne, dementsprechend... Ja, das war... Akaria ist schon hart getriggert. Ja, immer, also. Kennen wir nicht anders. Ähm. So, Steine brauchen wir. Steine, 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 Steine. Äh, Silly, Dalli und... Weising, musst du aber aufpassen, nicht, dass du dich denn vor Kopfschmerzen und Verwirrung selbst verletzt. Okay. So, ich hab Kopfschmerzen, okay, ja. Du kannst ja zwischen die, äh, ne, egal. Ähm. Das soll auch manchmal helfen. Ähm. Ich glaub, ich muss echt den Verdampfer langsamer wechseln. Den ist die beste Tolle. So, aber das ist ja auch nicht das Problem. Ähm, ja, okay, also die Folge muss ich dann doch bei YouTube FSK 18 reinhauen. Ähm. Hä? FSK Drolf, bitte. Drolf, okay. Wieso, wieso, wieso 18? Wir machen nur Anspielungen. Wir reden nicht über so ein Thema. Man kann ja, hallo, nicht wieder, denkt zweideutig. Da bist du dir sicher. Ja. Meinst du, die sind doch dreideutig, ne? So, dreibeiner. Vierdeutig. Ach, Weising, du tust mir leid. Noobie. Von wo kam grad das Pikachu her? Bei mir. Ja, bitte. Da musst du erstmal mein, da musst, da musst, äh, Hippie, da musst du erstmal mein Follower-Alert hören, wenn ich mal am Stream bin. Ja, wenn, wenn sie mal am Stream ist. Will ich sehen. Ich hab, was? Will ich sehen. War es mein Follower-Alert? Ja. Ja. Ja, also dann, ne? Akaria, wieso, was zu tun ist? Ja, da muss ich, muss ich jetzt ja online gehen. Ne, da hab ich keine Lust zu. Und ich weiß auch gar nicht, was ich spielen soll. Was spielst du denn in welche Richtung? Äh, Ego-Shooter wie Bioshock Infinity, Metro, ähm, dann so Jump and Run, das ist eher so Attack on Titan, ähm, Attack on Titan, äh, was? Titan, ja, Titan. Ich hab schon mal von Titanfall gehört, äh, Titanfall. Titanfall? Dann teilweise Tief, äh, Bio, äh, ja, hier, äh, Freitag der 13., Dead by Daylight, Golf It, Ozu, Mortal Kombat, Empyrean, also doch schon ne Breitspanne. Oh, Akaria, du möchtest wirklich Model Kombat mal wieder spielen. Oh. Snoopy. Ja, was denn? Können wir gerne zusammen machen, aber nicht um diese Uhrzeit. Ich glaub, das wird ein bisschen schwierig. Ähm. Das hört sich so an wie, äh, Akaria kriegt direkt ins Gesicht. Ach, sie liebt ihren Alien. Und, äh, ja. Ja, wenn du möchtest, können wir gerne Model Kombat zocken. Ja, siehste. Äh, ich hab da jetzt gerade echt nichts gegen. Sie denkt immer, das ist ne Nähmaschine. Dann machen wir ein Multi-Twitch, dann machen wir ein Multi-Twitch, und dann, ähm, ich kann da mir ja auch mal fordern oder sowas. Junge Frauen wollen sie nicht heiraten. Äh, nein, Weising, ich möchte dich nicht heiraten. Warum denn Weising? Äh, ja, weil, weil du zockst. Äh, wahrscheinlich. Ah, ja, Legion of Legends fehlt auch noch in der Runde. In der Rille? In der Runde. Loll, das hast du jetzt nicht gesagt. Doch, hab ich. Loll hat, sie hat ganz doll und laut gelollt. Ja, warte, ich mach schon mal meinen... Loll, 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 loll. Äh, nee, was? Ich, ich schließe meinen Controller an. Warum, 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 warum... Warum, äh, ist da Dinge infiziert? Sag mal, keine Sau, sag mir Bescheid. Oh, hee, da ist mal was passiert. depressing sag. Sag mal, unter welchen Kanal finde ich dich da überhaupt? Akaria212. Alles klar. Lalalalalala. Ich mach zwar eigentlich, äh... Du hostest gerade den Falschen, du musst Snooby hosten. WTF, lol? Nein, ich nehme meinen Antrag zurück. Ja, jetzt hast du es hier verscherzt. Was macht er denn hier? Nein! Geh weg! Du hast hier nichts verlosen. Verlosen. Verloren. Verlosen. Jetzt kommen die Verlosen. Da! Attacke! Aufgeben! Aber ich lass dir jetzt mal ein Follow da. Ich bin ja mein Netter. Nein, jetzt nicht! Nicht machen! Erst wenn ich streame, dann siehst du mein Follower-Alert auch. Okay. Weil so läuft das nicht. Okay. Ja, dann musst du jetzt streamen, ne? Ja, ich warte nur auf... Ja, ich hab doch Controller schon angeschlossen. Ja, dann los, ne? Dann gib sie ihm und so. Ich seh ja schon zu. Gott, Kerl, lass mich in Ruhe. Was siehst du zu? Jetzt siehst du, Mädel! Äh, ne, was? Ähm... Traladidi, Traladidi. Hab ich Züge gehört? Ich mag Züge. Ah, ich liebe Züge echt, ey. Ich will das neue Zugspiel haben! Von... Ich mag singen! Ich mag tanzen! Ich mag Züge! Ich mag Züge! Drum ja! Die guten alten ASDF-Dinger! Geil! Soll ich jetzt mit Cam oder ohne Cam? Na mit, Mensch! Du kannst auch Fragen stellen, ey! Ja, dann muss ich aber meine Maus abklemmen! Was bringt mir... Weil ich hab nur zwei USB-Anschlüsse vorne und nicht hinten. Okay, sie hat vorne und hinten Anschlüsse. Ähm, nein, was? Hat mein Rechner auch. Warte, stimmt, stimmt. Ich kann die doch hinten anschließen. Ich hab die ja nicht um... Moment, nein, nicht ihr Rechner, sie hat vorne und hinten. Ja, ab jetzt darfst du wirklich ab 18 schalten. Ja. Schon lange, aber hey. Gut, dass wir hier auf FSG 18 streamen. Allerdings werde ich gerade auch von vielen, vielen Dings gehostet. Ich hoffe, ja. Aber ihr streamt ja nicht, ihr hostet. Das ist ja der Unterschied. Sei doch froh, dass wir gerade nicht streamen. Zumindest ich nicht. Cam ist angeschlossen. Aua. Katze hat angegriffen. Check. Ich habe mir mein Headset fast vom Kopf geschlagen. Du sollst bitte die Cam an den Computer anschauen. Ich habe mir fast mein Headset vom Kopf geschlagen. Aua. Okay, die Technik, sie wehrt sich. Ja, genau. Und die Technik wehrt sich. So. Ähm. Wo sich den erstmal wieder rauskriegen. Du wolltest jetzt Mortal Kombat mitspielen? Was ist denn da los? Sag mal. Ach, doch. Oder? Ja, ich will gerne Mortal Kombat mit dir zusammenspielen. Ja, aber jetzt so doch nicht. Doch. Ja, jetzt ist es aber eine dumme Uhrzeit dafür. Ja, und? Ja, die gibt's doch nicht. Die gibt's doch nicht. Jetzt warte, Plan. Mensch, hier die Nerven. So. Tralalini, Tralalop. Jauri. Boah, ich sehe voll... Okay, Akaria, du warst eine Superhilfe. Ja, Entschuldigung. Da kann ich auch nichts für. Lula, Lula. Äh, was? Also. Sie wollten mich ja technisch... Äh, nee, strategisch beraten. Und dann kam Tipp. Sie sind übrigens da durchgebrochen, wo ich gesagt habe. Aber egal, macht nix. Äh, Tralalini, Tralalö. Hast super aufgepasst. Überhaupt nicht, ne? Ja, finde ich auch. Nein, die denn auch. Da fehlt noch das Punkt, Punkt, Punkt nicht. Ja, das... Ich sollte doch... Bade in meine Cam und sowas, Fetty, Mann, zum Stream, du holle Nuss, so. Ja, mach doch. Oh, Gott, sehe ich scheiße aus. Ich muss nur mal kurz in ein Badezimmer. Ich muss mir eben meine Haare kämmen. Ja, ich auch. Just do it. Ich auch. Ich muss mal in ein Badezimmer mit die Haare kämmen. Du hast zu wenig auf dem Kopf. Das lohnt nicht. Doch, Mensch. Äh. Ich kaufe mir gleich ein Toupet. So. Warum willst du extra ein Toupet kaufen? Ich habe ja haufenweise Perücken rumliehen. Brauchst du eben? Echt cool. Warum? Weil ich Cosplayer bin, Mann. Weil du was bist? Du bist Cosplayer? Sie. Echt? Hey, nice. Was cosplayst du denn so? Meistens Eigenkreation. Eigenkreation? Was bedeutet das? Ja, eine eigene Figur. Und keine, die es gibt. Richtig. Mein Gott. So, jetzt darf ich erstmal... Aber er könnte den Holy Avatar cross-playen. Kennt er wahrscheinlich gar nicht, wa? Tiffi. Das kam bei mir jetzt akustisch gar nicht ganz so an. Ja, ja, den Holy Avatar. Kennst du den? Holy Avatar. Ihr sagt mir jetzt echt nichts. Musst du mal bei Steam eingeben. Holy Avatar. Ähm. Mach es doch glatt. Das ist nämlich eine Spielfigur. Oder besser gesagt, das ist aus groteskiger Tactics, was ich auch schon gespielt habe. Und ja, da ist so ein bisschen geil gemacht, das Spiel von Head Up und so. Und da gibt es einen Holy Avatar und der hat einen Crossplayer. Im Spiel auch direkt. Und es ist voll geil.